Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu diesem Video. Vielleicht habt ihr ein altes Auto, was nicht Bluetooth-fähig ist oder ihr kennt Freunde, die gerne Musik von ihrem Handy in ihrem Auto abspielen würden, aber das Auto hat vielleicht nur einen alten Kassettenabspieler oder einen CD-Player, dann ist dieses Video genau für euch. Denn heute erkläre ich euch, wie ihr mit einem 10 Euro Gadget jedes Auto Bluetooth-fähig machen könnt. Das heißt, ihr könnt dann mit eurem Handy über die Musikanlage des Autos, über Spotify, Apple Music, YouTube Music, Musik ohne Probleme abspielen. Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen nochmal, ich bin Moses von Moses Filmt und in diesem Video geht es um Autos, es geht um Technik und deswegen dachte ich mir, wir gehen einfach in die Natur für dieses Video und dort hinten ist ein Bienenstock. Wartet mal, es sieht fast ein bisschen aus wie ein Friedhof, aber es sind Bienenstöcke, vertraut mir. So, wir sind jetzt im Auto, damit ich euch erklären kann, wie ihr über euer Handy Musik abspielt, dass dann per Bluetooth an die Stereoanlage eures Autos geschickt wird, selbst wenn euer Auto kein Bluetooth hat. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass euer Auto ein Radio hat. Mein Auto hat ein Radio und ein CD-Player. Allerdings fange ich damit nicht wirklich viel an, wenn keine ganze Musik auf dem Handy ist und ich sie quasi übers Handy abspielen möchte. Und hier kommt jetzt die Magie ins Spiel, nämlich dieses kleine Teil. Das sieht doch schon so ein bisschen nach einem Penis aus, oder ist das mein in der Pubertät stecken gebliebenes Gehirn? Vielleicht kennen das einige von euch schon, aber für mich war das bis vor einem halben Jahr unbekannt und seitdem ich das habe, höre ich einfach nur noch über das Handy Musik im Auto, weil es so cool ist. Was macht das Teil also jetzt genau? Es nimmt sich Strom aus dem Anstecker des Autos, der steckt es dann gleich rein, dann könnt ihr euch mit dem Handy per Bluetooth mit diesem Gerät verbinden. Und jetzt denkt ihr euch ja gut, dann bin ich damit verbunden, aber das bringt ja jetzt noch nicht die Musik auf die Stereoanlage des Autos. Aber das sendet halt noch so eine Radiofrequenz aus, wie jeder Radiosender, den ihr einstellen könnt über euer Autoradio. Und ihr könnt die Frequenz hier sogar aussuchen, in meinem Fall ist es jetzt 101,6. Das streut quasi in einem ganz kleinen Radius so ein Radiosignal, über das es die Musik, das per Bluetooth-Empfang quasi weitergibt. Und dann könnt ihr mit eurem Autoradio dieses Radiosignal empfangen. Also wer das erfunden hat, muss so ein Genius gewesen sein. Er wäre so genial gewesen, dass er diesem Video ein Like gegeben hätte. Und das Coole ist, dieses Teil kostet halt nur 10 Euro oder so auf Amazon. Ich habe einen Link für euch natürlich unten in der Beschreibung. Wenn man jetzt bedenkt, dass das über Bluetooth und dann nochmal über die Radiofrequenz geht, kann man sich denken, gut, die Qualität ist vielleicht nicht so besonders gut. Aber ich muss sagen, ich bin mit diesem Teil hier sehr zufrieden, eignet sich auch sehr gut als Geschenk. Und ich höre da jetzt wirklich nicht mehr Rauschen oder schlechte Tonqualität, als wenn ich hier in den Radiosender rein tue. Also ich finde, das ist eine mega nice Erfindung. So nice, dass ich ein Video darüber machen musste, obwohl es eigentlich kaum was mit dem Thema meines Kanals zu tun hat. Aber ihr wisst, das ist mir ziemlich wurscht. Ich mache hier eh, was ich will. Wenn dieses Video für euch hilfreich war, dann liked doch das Video und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft diese epischen Videos nicht mehr verpasst. Würde mich mega freuen. Und wenn ihr kein Auto habt, ist auch kein Problem. Vielleicht kennt ihr einen Freund, dem ihr das schenken wollt. Vielleicht wollt ihr es ihm nicht schenken. Vielleicht wollt ihr ihm einfach dieses Video weiterleiten. Das würde mir nämlich sehr weiterhelfen. Hier seht ihr jetzt ein weiteres Video. Zwei weitere Videos. So cool, oder? Hier könnt ihr nochmal den Kanal abonnieren. Würde mir, wie gesagt, mega weiterhelfen. Würde mich sehr freuen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.